Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2020 zeige ich Ihnen die neue Option, eine iMachining-Datenbank direkt über die VMID-Datei des entsprechenden Postprozessors zu definieren. Des Weiteren kann eine globale Maschine angelegt werden, die dann für jede CNC-Maschinenauswahl verwendet werden kann. Eine weitere iMachining-Erweiterung in SolidCAM 2020 ist eine neue Maschinenkategorie, die zur iMachining-Datenbank hinzugefügt wurde. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Sie sehen hier im Arbeitsbereich ein Dreh-Fräskammprojekt, was komplett programmiert wurde. Diverse Dreh- und Fräsbearbeitung inklusive iMachining bearbeiten dieses Bauteil. Dieses Kammprojekt wurde mit einer NTX1000 erstellt. Schauen wir uns ganz kurz die Maschine an. Die Maschine besitzt eine B-Achse zum Fräsen und Drehen, einen Revolver, eine Hauptspindel und eine Gegenspindel. Vor SolidCAM 2020 war es oft eine Herausforderung, iMachining-Operationen auf diesen Maschinentypen zu definieren. Der Grund dafür ist, dass die iMachining-Technologie Informationen über die Maschine benötigt, um für jede Operation optimale Schnittbedingungen zu schaffen. Die Informationen stammen aus der Auswahl der Maschinendatenbank in der Kamm-Teil-Definition. In SolidCAM 2019 und früheren Versionen war es nur möglich, Standardmaschinen mit konstanten Maschinen-Parametern zu definieren, wie Sie hier sehen. Bei Fräsdrehmaschinen, wie ich sie in diesem Beispiel verwende, variieren aber diese Parameter, wenn Sie zwei oder mehr Submaschinen besitzen. In SolidCAM 2020 ist es nun möglich, über die Funktion über VMID definiert, die unterschiedlichen Parameter und VMID-Kinematiken von zwei oder mehr Submaschinen zu unterstützen. Ich wähle nun hier zum Beispiel über VMID definiert und wähle neue Maschine aus. Ich gebe dieser Maschine den gleichen Namen wie in meinem Kamm-Projekt, NTX1000 mit der Zusatzoption Jahr 2020. In den Eigenschaften sehen Sie, dass alle maschinenbezogenen Parameter jetzt auf 100% der VMID-Werte eingestellt sind. Jede I-Maschining-Operation kann nun bei der Auswahl des Werkzeugs die genauen Werte der jeweiligen Submaschine zugewiesen werden. Und diese kann dann ihrerseits die entsprechenden Berechnungen für die Schnittdaten liefern. Nachdem ich nun diese neue Datenbank speichere und das Ganze wird automatisch geschlossen, kann ich diese neue Maschinendatenbank hier diesem Kamm-Projekt hinzufügen. Ich bestätige das Ganze mit OK und diese neue Datenbank wurde nun diesem Kamm-Projekt hinzugefügt. Die Frage lautet nun, woher bekommt I-Maschining nun die ganzen Werte? Wir haben hier den Post-Prozessor, die VMID-Datei. Mit einem Doppelklick öffnet sich der Maschinen-ID-Editor und wir haben nun die VMID-Datei dieser Maschine geöffnet. In der Maschinendefinition ist die komplette Kinematik beschrieben. Die Werkzeugträger, Werkstückträger, ob sie ein Reitstock, Lünette, Stangenlager oder eine Gegenspindel haben. In der Steuerungsdefinition sind diverse Zyklen hinterlegt, benutzerdefinierte Parameter und in der Programmstruktur allgemeine Funktionalitäten. In der Maschinendefinition ist die komplette Kinematik der Maschine hinterlegt. Wir haben hier die Informationen über die Hauptspindel, haben Informationen über die Gegenspindel, haben hier die B-Achse, den oberen Werkzeugträger und haben hier unten den Revolver mit den verschiedenen Stationen. In all diesen verschiedenen VMID-Funktionalitäten sind die entsprechenden Werte für die Drehzahl, Vorschub usw. für die entsprechenden Werkzeugträger hinterlegt. Wie Sie gesehen haben, kann diese neue Funktion über VMID-Datei definiert dazu verwendet werden, automatisch die iMachining-Datenbank für ihre komplexen Fräsdrehmaschinen zu erstellen. Darüber hinaus vereinfacht diese neue Funktion insgesamt die Anforderungen an die Definition Auswahl der Maschinen-Datenbank für iMachining. An einem anderen CAM-Projekt zeige ich Ihnen jetzt noch die Möglichkeit, eine globale iMachining-Datenbank einzubauen, die Sie dann für jede Werkzeugmaschine nutzen können. Dieses Bauteil im Arbeitsbereich wurde mit diversen iMachining-Operationen bearbeitet. Wir nutzen hier einen Hamle-Postprozessor und schauen wir uns mal die iMachining-Datenbank im Frästeil-Datendialog etwas genauer an. Im unteren Bereich haben wir hier die iMachining-Daten. Wir bearbeiten hier Aluminium und haben eingestellt eine Maschinen-Datenbank für die Hamle C30. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an in der iMachining-Datenbank. Wir sehen hier unter Datenbank-Maschinen diverse Werkzeugmaschinen aufgelistet. Jede Werkzeugmaschine hat gegebenenfalls eine andere Drehzahl, einen anderen Vorschub und eine andere Spindelleistung. Je nachdem, welche Werkzeugmaschine, welchen Postprozessor ich auswähle, wird vom Bediener oder automatisch über den Postprozessor eine iMachining-Datenbank ausgewählt. Um eine neue Datenbank hinzuzufügen, musste man mit der rechten Maustaste eine neue Maschine anlegen und hat dort dann die maximale Spindeldrehzahl, den maximalen Vorschub und die maximale Spindelleistung eingegeben. In der Version SolidCAM 2020 habe ich nun die Möglichkeit, eine globale iMachining-Datenbank anzulegen. Mit der Version SolidCAM 2020 haben Sie nun die Möglichkeit, eine neue Maschinen-Datenbank, die automatisch über den Postprozessor über die V-Mit-Datei definiert wird. Sie können das Ganze definieren über die rechte Maustaste und fügen eine neue Maschine hinzu. Den Namen nenne ich hier Global. Automatisch werden alle Werte auf 100% gesetzt. Spindeldrehzahl, Vorschub, Positioniervorschub und die Spindelleistung und die anderen Werte haben standardmäßig 100% der Einheiten hier eingestellt. Wenn ich das Ganze nun anwende und speichere und schließe, habe ich diese globale iMachining-Datenbank hier zur Verfügung. Automatisch werden nun, wenn ich diese iMachining-Datenbank nutze, die Werte aus dem Postprozessor aus der V-Mit-Datei in das CAM-Projekt übertragen. In der V-Mit-Datei jedes Postprozessors haben wir unter den Achsen die diversen Vorschübe eingetragen und in der Spindel zum Beispiel die Drehzahl und die KW-Zahl der jeweiligen Maschine. Mit der globalen iMachining-Datenbank werden nun vollautomatisch diese Werte für Ihre iMachining-Projekte in die CAM-Bearbeitung hinzugefügt. Mit dieser globalen iMachining-Datenbank haben Sie dann die Möglichkeit, all Ihre Werkzeugmaschinen anzusteuern und Sie brauchen nicht diverse, verschiedene iMachining-Datenbank anzulegen. Hiermit ist die Bearbeitung wesentlich vereinfacht worden. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.